Schön, dass du da bist. Du bist junge Mutter und möchtest endlich wieder in den Job einsteigen, damit du und deine Familie frei und flexibel bleiben und du weiterhin auch eine gute Mutter für deine Kinder bist. Jetzt fragst du dich natürlich, ob du bei mir den Job findest, der zu dir und deiner Familie passt. Und hier sind die drei wichtigsten Gründe für dich. 1. Du hast wie jede meiner Mitarbeiter für mich höchste Priorität. Darum zählen für mich vor allem deine eigenen zeitlichen Möglichkeiten, damit du im Einklang mit deiner Familie bleibst. 2. Wir erstellen zusammen einen Plan, der dir hilft, dein gewünschtes Einkommen für die Erfüllung deiner persönlichen Wünsche zu erreichen. 3. Wenn du bei uns anfängst, durchläufst du zu Beginn unsere bewährten, kostenlosen Schulungen, in denen du alles lernst, wie du anderen den Einsatz unserer Produkte erklärst. Wenn du jetzt auch fühlst, dass das drei wichtige Argumente für den Aufbau deiner zukünftigen Karriere sind, dann lade ich dich hiermit ein, mich einfach anzurufen und einen persönlichen Kennenlerntermin zu vereinbaren, in dem du feststellen kannst, ob dir dieses Business eine erfolgsversprechende Chance bietet. Ich freue mich auf deinen Anruf unter der Telefonnummer 0700 0600 0700. Dein Achim Mensink.